recht herzlich willkommen zur 55. folge von grand age medieval ja wir sind mit dem händler unterwegs noch hierhin kriegen wir den noch ja kriegen wir noch mit los du sagen wird jetzt hier was verkaufen vielleicht mal schauen das alles das kriegen wir fast komplett los für einen guten preis aber wenn ich den jetzt auch verkaufen da gibt es denn schon billiger ok dann nicht aber für 60 gekauft 540 hier geht vielleicht was nicht wirklich nur lassen wir das 22 davon weg dann geht ein bisschen mehr aber auch nicht so der rede wert 4 immer für 37 gekauft da machen wir das so kaufen wäre nur früchte aber die gehen gleich hoch bringt es also auch nicht kommen wir knicken hemmen werden noch für 540 zu kaufen die drei nehmen wir mit ansonsten sieht sie mager aus von krakau sind wir gekommen dann geht die reise mal hierhin ups das war falsch wir müssen rechtsklicken ja ziel muss eine stadt sein hatte ich zwar aber ist egal läuft meint man wenigstens ne so da ist auch kummer rein 120 haben was gekauft ist hier der gleiche preis die haben kriegen wir ja alle los für gutes geld zu kaufen da geht was da geht auch ein bisschen 30 und sieht ob das ändert sich sofort genau dann lassen wir das wirklich was lassen wir das und hier ist noch was möglich alles weg super kauf mal brot ein 23 schon teuer also nehmen wir zwei mit 4 3 ja noch beim salz was dabei ja achte dazu gekauft hier geht ein klein bisschen sechse dazu sondern der rest ist nicht interessant dann geht es nach hier denke ich mal ein bisschen gucken dass er kohle kriegen über den die sympathie da abkaufen können das ist halt so wie da ist er erst er wurde pause gemacht war gut kommen wir da rein und können wir verkaufen hier können wir verkaufen das salz geht auch komplett hier soll es weg da können wir ja noch zukaufen 80 75 80 stabil 80 stabil bis alles verkaufen das machen wir dann nicht mehr wo sind die null jetzt hier da 40 37 das machen wir weg da da kann man aus zukommen da geht er hoch da kann man reichlich kohle zukunft für den preis hier geht auch was 30 dazu für den preis und das war es sondern ja da könnte man sogar zukaufen für 80 naja das machen wir jetzt mal nicht ja hier oben würde noch was gehen wagen voll machen 90 hier von gut dann dahin schauen wir weiter da ist er da 180 das brot wagen ist voll deswegen geht das nicht dann müssen wir erst was los werden das nicht ja da auch nicht 52 ne da machen wir auch nicht 40 da machen wir 10 da runter das ist es nicht 3 5 weg 250 können wir zukommen aber warum wir nicht wir wollen ja wollen ja hier irgendwas haben das brot zum beispiel ne 14 dazu was mit empfällen geht da nur einer gut ist also exquisiten hier hin exquisit da muss man gucken dass wir es hinkriegen da gibt es ja auch mal mehr mit dem geld 515 ist jetzt schon mal eine halbe million den machen wir jetzt auch weg hier haben wir noch was aber es lohnt nicht das ist sogar billiger wie wir es schon haben die kohle wird nicht wirklich was bringen lassen wir so und das ist identisch ja toll da haben wir 5 auf dem wagen frei ne 15 15 5 ok nehmen wir die mit macht am meisten sind jetzt gut schon und wenn man nach thessaloniki und gucken dass wir da was kriegen bzw verkaufen so fleisch gibt es hier sogar gucken wir an für den preis müssen wir erst verkaufen hier geht was super hier geht auch was 92 wollen wir gar nicht anfangen ohne nicht machen wir das weg so das fleisch kaufen der 360 und salz 420 geht auch der fisch 460 geht was ja und der wagen ist voll oder ja gut das war verkehrt schon unterwegs schon unterwegs ich wollte die haben und nicht da so gut wie da ja mach mal die da hin und dann gucken wir weiter 100 geht 68 geht 16 nee lassen wir mal hier geht was 134 beide weg machen wir die 9 weg und da schon billiger wie wir gekauft haben auch super Bier für 140 12 Einheiten Honig für 80 alle Einheiten oh ich sehe gerade wir haben den falschen Händler erwischt tja schade dann geh du mal weiter ne wie los da bist du ok ist jetzt passiert egal alles weg salz weg fisch weg 134 hört sich super an identisch ist identisch das Bier ist etwas teuer hier geht was für 80 ein wagen voll ne das war in Arla oder dann nach Athen mal da oben wird gekämpft ist aber schon erledigt so wie los ist noch dran 170 bis 160 134 es geht alles weg für das Geld super fisch ist hier noch billiger und die Kohle auch das lohnt sich nicht können wir noch was einkaufen schwierig ne 128 6 110 4 fisch war hier noch billiger super und hier die 165 nehmen wir dann noch mit 155 davon und hier geht noch was 17 ja haben wir da mal hin dann müssen wir da hin und Diplomatie guten Tag was gibt es zu beraten ein Angebot zu bereiten bietet ihr mir und was wollt ihr dafür haben 42 Sympathie Angebot machen wir mal 400.000 okay und Forderung Sympathie und vorschlagen 57 so soll es sein ja und da müssen wir irgendwann mal schaffen das andere auch noch einzukriegen was genau bietet ihr mir und was wollt ihr dafür haben kann man schon was anderes fordern also Sympathie Gold Bündnis ja aber mehr auch nicht ja gut dann müssen wir gucken nächstes mal probieren wir halt was aus gut gehen wir mal dahin Milos ist hier schon unterwegs aber den nach Thessaloniki schicken so da ist er Fleisch gibt es hier also wir haben Wagen voll da macht das runter das auch das ist alles gleich teuer das ist jetzt nicht der prickelnde Preis Cola da geht was aber 20 die auch noch weg und fertig ist so mitnehmen erstmal da müssen die was haben wo wir was mitnehmen und der Fisch geht auch da ist der Wagen schon voll gut Konstantinopel rüber dann ja 170.000 haben wir rundweg ist nicht viel ne ja Konstantinopel gerade noch handeln okay das will er nicht alles haben 24 aber das lohnt nicht ja kommen die drei weg das ist der gleiche Preis wie bei uns das lohnt nicht gut mitnehmen wir dann die Fälle glaube das war's so dann hier runter aber das machen wir dann in der nächsten Folge ich bedanke mich recht herzlich für das Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann Vielen Dank.